Guten Tag zusammen, wir sind's wieder, Aliens Bestfriend, ich bin Nathalie und ich bin Chris. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Intermediation des Tages, den kleinen Intermediate gegen den Wahnsinn. Heute mal mit einem Lied von 1963, das war vor unserer Zeit, als Gitte Henning da sang Ich will nen Cowboy als Mann. Wir finden den Text ein bisschen anbiedernd an die Besatzungsmächte und haben den korrigiert. Und fangen wir mal an, oder? Ich will ein freies Land. Ich will ein freies Land. Seit dem Krieg sind wir ein Ami, Leine dran, mit nem System, für das man sich nicht schämen kann. Ich will ein freies Land. Mama sagt, das muss so sein. Wir können nicht Entscheider sein. Sei jetzt brav und pass dich an. Wir sind doch schuld an all den Kram. Da rief ich No, 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 No. Das ist gewollt. So werden wir nicht froh. Aber warum denn nicht, Kind? Da hast du doch deine Sicherheit. Denk doch mal an die ganze Arbeit, die die da oben für uns machen. Was willst du eigentlich? Ich will ein freies Land. Ich will ein freies Land. Seit dem Krieg sind wir Amis, Leine dran, mit nem System, für das man sich nur schämen kann. Ich will ein freies Land. Papa meint, kannst du nicht sehen. Willst du jetzt mit den Rechten gehen? Klimakrieg und Spritzen schnell. Auch Flüchtlinge sind essentiell. Und ich sag No, 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 No. Das ist gewollt. So werden wir nicht froh. Also, ich verstehe ja nicht. Warum bist du nicht einfach brav und machst, was die sagen? Die wissen schon, was gut für uns ist. Was willst du eigentlich? Ich will ein freies Land. Ich will ein freies Land. Seit dem Krieg sind wir an Amis, Leine dran. Mit nem System, für das man sich nur schämen kann. Ich will ein freies Land.